Hallo zusammen, willkommen zurück zu Kotlin. Heute geht es natürlich weiter und zwar wollen wir uns heute das Stichwort oder das Schlüsselwort, das Keyword LateInit angucken. LateInit ist nützlich. Ich schreibe hier mal ein kleines Beispiel, damit wir auch direkt eine Idee haben, warum das eigentlich nützlich ist. Und zwar schreiben wir uns hier eine Klasse Aktenkoffer. Die muss nicht von irgendwas erben, die muss eigentlich gar nichts haben. Im Endeffekt wollen wir nachher einen Desktop reinpacken. Wir brauchen hier auch keinen Konstruktor, wir brauchen eigentlich gar nichts dafür. Was wir jetzt hier haben wollen, ist, wir wollen natürlich einen, wir wollen keinen Desktop reinpacken, wir wollen einen Laptop reinpacken, war Laptop. Damit wir einfach hier sagen können, okay, das ist der Laptop, der getragen wird. Und ja, das wissen wir ja jetzt noch nicht. Das ist das große Problem. Und jetzt sind wir allerdings von Kotlin dazu gezwungen, ihr seht es hier überall, direkt den Laptop mit anzugeben. Und das ist natürlich schwierig, denn der Aktenkoffer kann ja auch einfach am Anfang leer sein. Und wenn wir diesen Aktenkoffer bauen, dann wollen wir hier irgendwie eine Funktion haben, sagen wir hier einfach mal Fun Insert Laptop. Das kriegt natürlich ein L vom Typ Laptop. Und dann sagen wir hier Laptop ist gleich L. Genau, so. Und ja, das ist alles, was wir haben wollen. Jetzt steht hier allerdings trotzdem Property Must Be Initialized oder die ganze Klasse muss abstrakt sein. Das ist ein bisschen doof, denn wir wollen ja nicht unbedingt eine abstrakte Klasse haben. Ich mache hier einfach mal direkt hier oben nach dem Erstellen, mache ich mir noch einen Aktenkoffer, war Aktenkoffer vom Typ Akten, Aktenkoffer, Halleluja. Aktenkoffer ist gleich Aktenkoffer. So, und jetzt möchte ich hier drin einfach meinen Laptop reinstecken. Das heißt, oh, Aktenkoffen, ups. Aktenkoffer.insertLaptop. Und da möchte ich den Laptop reinstecken. So, so soll das Ganze aussehen und das möchte ich jetzt eigentlich so haben. Und jetzt habe ich ja hier kein Problem, das Ding hier irgendwie so leer zu lassen. Also im Endeffekt für mich ist das wirklich kein Problem. Aber für den Content Compiler ist das ein Problem, denn der will, dass jede Variable initialisiert wird. Und ihr seht, worauf ich hinaus möchte, das LateInit Tool oder das LateInit Keyword, das macht genau das für euch. Es bringt euch die Möglichkeit, Sachen uninitialisiert zu lassen. Damit habt ihr dann auch wirklich eine Variable, die so noch nicht initialisiert wurde. Das heißt, ihr könnt hier sagen, LateInit war Laptop und schon ist das eigentlich für den Compiler gar kein Problem mehr. Jetzt will ich nur noch hier eine weitere Sache machen. Und zwar eine GetLaptop. Und ja, ich weiß, man könnte es über Getter und Setter machen. Ich möchte das hier aber separat schreiben, damit wir das direkt hinkriegen. ReturnLaptop. Ich sollte vielleicht noch den Return-Wert angeben. Vom Typ Laptop natürlich. So. Und wenn ich das jetzt hier so mache, dann haben wir hier die Möglichkeit, unseren Laptop wieder rauszuholen. Bam. Und dann printen wir ein, oder wir rufen einfach auf dem Laptop die Funktion print auf. Aktenkoffer.getLaptop.print. So. Okay. Das ist alles kein Problem. Hier nach gehen wir raus. Ach ja, richtig. Das geht ja gar nicht. Ich sollte vielleicht hier ein Return reinschreiben. Return. Ich bin gerade von einer anderen Sprache gekommen. Da gibt es Exit. Das gibt es hier nicht. So. Und jetzt haben wir aus Versehen, oder habe ich aus Versehen den Getter überschrieben, indem ich GetLaptop hier verwendet habe. Das ist einfach auch der Name, der für diese Laptop-Methode hier, oder für Laptop im Endeffekt der Getter auch ist. Das funktioniert genau gleich. PullOutLaptop. So. Da habt ihr es. Man muss nur mit dem Namen hin und wieder mal kreativ werden. So. Okay. Und ja, jetzt sehen wir hier, das hat offensichtlich ganz gut funktioniert. Wir haben hier den Laptop ausgegeben. Also, das hier unten wird alles nicht ausgegeben. Wir haben wirklich nur jetzt diesen Code hier. Und wir sehen, das ist der Laptop, der mir hier ausgegeben wird. Wundervoll. Was jetzt passiert aber, wenn ich das hier umdrehe, wenn ich aus Versehen zuerst versuche, den Laptop rauszunehmen, weil ich nicht weiß, ob einer drin ist, dann passiert das hier. Wir haben eine Uninitialized Property Access Exception. Das heißt, dieser Laptop hier, der ist noch nicht initialisiert worden. Logischerweise, weil wir ja noch keinen reingetan haben, ja. Durch LateInit sagen wir aber, das ist okay, wenn der hier mal nicht initialisiert wird. Aber LateInit bedeutet nicht, oder ja, das bedeutet nicht, dass dieses Laptop hier null ist, in dem Fall, dass wir es einfach noch nicht initialisiert haben. Es ist dann halt einfach wirklich Uninitialized. Und Uninitialized ist gleich noch ein bisschen schlimmer, denn wenn ihr da drauf zugreift, dann kriegt ihr nicht null zurück, sondern ihr kriegt einfach tatsächlich eine Exception zurück. Und das heißt, ihr könnt zum Beispiel hier das machen, was wir gerade gemacht haben. Wir können aus dem Aktenkoffer einen Laptop rausziehen und bemerken, oh shit, da ist gar kein Laptop drin. Und ja, das ist natürlich schwierig, möchte ich mal so behaupten. Und deswegen gibt es auch dafür natürlich, hat euch Kotlin eine Variante gegeben, die das Ganze so ein bisschen abfängt. Und das ist hier, wenn wir sagen, if Aktenkoffer, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Laptop, ja. Punkt, isInitialized, isInitialized, dann kriegen wir hier direkt die Variante zurück, ob dieser Member quasi initialisiert wurde. So, und jetzt packen wir einfach mal das hier in geschweifte Klammern. So, und jetzt hätten wir theoretisch hier die Möglichkeit, danach zu gucken. So, das wäre zumindest der Gedanke dahinter. Problem ist, ja, wir haben hier leider nicht die Möglichkeit, da drauf zuzugreifen, weil das verbietet Kotlin uns. Also, so von außen da drauf zuzugreifen. Wir können das nicht nachgucken. Das heißt, das funktioniert leider auch nicht. Was machen wir jetzt? Nun, wir können ja hier einfach sagen, okay, wir machen folgendes. Wir sagen hier, if this von Laptop Punkt isInitialized, isInitialized, und hier dürfen wir das Ganze, dann geben wir den Laptop zurück. Und ansonsten sagen wir, hm, was machen wir dann? Wir können nicht einfach Laptops aus dem Nichts generieren. Das heißt, wir geben hier einfach Null zurück. Und dann müssen wir hier allerdings den Return-Typ ändern. Auf Laptop Fragezeichen. So, und ja, damit haben wir quasi dieses Ding ausgehebelt. Jetzt müssen wir hier nur einfach ein Fragezeichen. Also, wir werden jetzt quasi vom Compiler gezwungen. Ihr seht es gerade. Ich werde vom Compiler gezwungen, hier ein Fragezeichen reinzupacken. Das heißt, wenn da ein Laptop rauskommt dabei, dann darf ich ihn ausgeben. Ansonsten passiert halt einfach gar nichts. Das heißt, hier wird erstmal überhaupt nichts gemacht. Und, also, weil eben dieses Feld noch nicht initialisiert wurde, offensichtlich haben wir keinen Laptop reingetan. Und ansonsten geben wir natürlich die Specs von unserem Laptop aus, indem wir Print aufrufen. Das funktioniert wunderbarstens. Das könnt ihr jetzt natürlich gerne als Übung so umschreiben, dass ihr das für Getter und Setter so verwendet. Also, im Endeffekt, das ist der Setter. Und der Getter ist ein bisschen Magie hinten dran, weil wir eben dieses Is Initialized noch abprüfen müssen. Ja, und das ist quasi, wie ihr mit diesem LateInit umgehen könnt. Ups, das habe ich zwischenzeitlich mal rangehängt, sorry. Das ist, wie ihr mit diesem LateInit umgehen könnt. Und, ja, dass ihr quasi nicht direkt von Anfang an hier einen Wert zuweisen müsst, wenn es zum Beispiel überhaupt keinen Sinn macht, dass ihr den von Anfang an drin habt. Gut, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.